Buenas Dias Leute von heute! Was genau was poppin'? Mein Name ist Robert Dream and welcome back to Dreamstance Tutorials! Am Dienstag ist es DREAMSTANCE! Heute gibt es die Episode LEON WALK! Heute möchte ich euch den LEON WALK beitragen. Das Ganze kommt ursprünglich aus dem Locking. Vielleicht habt ihr, wenn ihr euch mit Tanz schon mal genauer befasst habt, aus der Kategorie Locking schon Tänzer gesehen, die diesen Move in ihren Styles mit einbringen. Ich will euch heute die Basic zeigen. Vergesst bitte auch nicht, alles ist Spiegelverkehr. Wir beginnen auch schon mit dem linken Fuß nach oben. Sprich, wir stehen schulterbreit und ziehen mit einem kleinen Schwung von links nach rechts den linken Fuß nach oben. Den setzen wir etwas weiter vorne ab und öffnen wir beide Füße. Das heißt, wir ziehen hier hoch, runter, öffnen und ziehen dann den rechten Fuß gleich wieder mit einem Schwung hoch zum linken Arm und machen das Gleiche auf die rechte Seite. Öffnen, ziehen, hoch. Öffnen, ziehen, hoch. Öffnen, ziehen, hoch. Öffnen, zack, ziehen, hoch. Mit den Armen könnt ihr machen, was ihr wollt. Oder ihr nehmen sie genauso, wenn der Fuß oben ist. Heran und wenn die Beine offen sind, auch offen. Das sind eure Fantasie. Wie immer, keine Grenzen gesetzt. Wenn wir den Mittelfuß anziehen, dann könnt ihr mit dem Oberkörper hier etwas nach vorne rocken. Aber wenn ihr Rocking-Bouncing und Rocking noch nicht kennt, kommen wir hier nochmal zu dem Grundlagen, der Grundlagen-Tutorials für stanzen. Und zwar öffnen, öffnen die Knie, zieht nach und der Oberkörper geht wieder nach. Zack und ha, hu, ha, tue, ha, hu, ha, tue, 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 ha, tue, tue, tue. Ihr habt gemerkt, ich bewege selbst bei zack, zack, zack den Oberkörper noch etwas nach unten. Das kann euch helfen, um den Groove und den Takt des Songs beizubehalten. Probiert es einfach mal zu Hause und kombiniert es, wie ihr wollt. Genau. Einmal das Ganze nochmal schnell im Groove. 5, 6, 7, 8, 1. Probiert aus, lasst euch Zeit, übt es in Ruhe und dann werden wir bald eure Ziele erreichen. So Leute von heute, das war's für diese Woche und diese Episode von Dreams Dance Tutorials. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen und ihr könnt zu Hause fleißig weiter trainieren. Falls ja, lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr mich hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und um gar nichts mehr zu verpassen, sind hier unten in der Videobeschreibung all meine Social Media Links. Hier kommen wir dann noch zu dem letzten Video von meiner Wenigkeit. Und ansonsten würde ich nur noch sagen, wir sehen uns nächsten Dienstag ist Streamstag. Schaltet ein, seid dabei und du bist da!